das ist meine aufgabe hier abschießen punkte sammeln fb sammeln und mit denen dann wenn man schon lange warten sollte man wenigstens daneben schießen so haben wir die weggeschmissen in dem moment gerade runtergefallen ich bin am boden ich bin natürlich auch nicht treffen also pulverisiert und den auch dem erledigt was macht er da so lange rum elko hat auch eine gute waffe so von da war ich gekommen nach da gehe ich suche immer noch die totems also diese schreine irgendwo auf dem weg liegen diese schreine dann auch noch so ein bisschen versteckt jedes mal das ist ein schrein so ist das schlucht ja dann macht das doch das war schon von ewigkeiten dass ich die besiegt habe das ist eigentlich immer prüfen nur prüfen sie sind diese schreien dann auf jeden fall alle alle außen das weiß ich wohl denke ich zumindest dann auch so ein bisschen an der seite versteckt dass man so schön übersehen kann dauer ganz schön lang bis man so ein schreien findet zum schreien die waren immer outdoor was ist denn das da oben ach kamo der zeit immer so schlecht tschüss wo geht es hier lang was ist das na boogie darf durch diese tür ja boogie geht durch diese tür sucht malig so schön so sehr gut Ach, das war doch hier. Ne, hier konnte ich riechen, dann war alles wieder... Popal. Nehmt doch bitte den Stab meines totes Sohnes, Mindestreich, ich würde euch danken. Ja klar. Barlum, Staat erhalten, neuer Auftrag. Okay. Bringt den Stab von Opals verstorbenen Sohn zu Hexam in das Schattenreich. Okay, warum muss ich auch nochmal in das Schattenreich? Also ich habe viel übersehen, fällt mir gerade auf. Doch irgendwie alles nochmal anschauen. Erstmal soll ich ja mit Mandryk sprechen, wo war'n das? War das hier nicht Mandryks Haus? Jetzt gehe ich halt eine Hütte nochmal durch. Karik Loris, wie ist das für einer? Sieht besser aus wie eine Cobra. Vorall Hermann. Was haben Sie gehört. Zu Hause, wie war'n das? Ach, dass du ein Problem nimmst, was du im Moment. Das ist wie ein Problem. Sehr gut. Jährlich, wie ein Problem, bei uns die Menschen und die Menschen, ein Nein, die Menschen, die Menschen sind nicht mehr so viel. Ich hab mich fest, wenn sie nicht mehr so viel. Ja. Was ist das? Was ist das? Ich bin, wie ich mich fest. hex haben wobei hex haben ich weiß es nicht mehr ich bin nicht getötet kommt noch kann ich gesehen hier was gibt es denn da ich sehe mit mandrik reden und jetzt habe ich auch noch einen noch einen weiteren auftrag dieser schädel ist ein uraltes relikt der schattendimension er hing ans in der halle der schädel bringt ihn zu seiner ruhestätte zurück und ihr sollt zur belohnung die waffe des alten kriegers erhalten also in die schattendimension damit was habe ich das alles übersehen oder wird es erst freigeschaltet wenn man einmal durch ist marfus zählt so 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 Sammelt 5 Akonitenschädel. Ah gut, dass ich es noch nicht verkauft habe. Wieviel habe ich denn? 9. Sehr schön. Ah, und was kriege ich? 1000 Gulden. Den kriege ich für einen Akonitenschädel ja mehr als 200 manchmal, oder? Träger 250 für, oder? Ja. Der hat sich jetzt nicht gelohnte Auftrag. Ich brauche bessere Waffen. Naja. Was bist du für einer? umfrage ich eigentlich drei klebspinnen röhren ich darf ja bald gar nichts mehr verkaufen war gut dass ich die gleich dabei habe was kriege ich denn für die drei schon mal meine halten und ein bisschen erfahrung so kann man das zeug auch loswerden ich glaube da war ich schon drin eben oder oder nicht malik zu wem wollte ich man trick neben auftragsbuch stand das nicht geht so man trick malik man trick ich glaube ich habe mal eine pause das ist das wirst du nicht weiß wo das ist mal vom dorf muss prüfung das muss sie dann alleine machen darum werde ich sie jetzt erst mal ausstatten ich nehme an dass sie das nicht mal weg so da war ich da war ich drin aber mir gibt es nicht als diese beiden hier das war das mit malig also doch malig und nicht mandrik trauerndes mo Soll ich das schon drinnen? Glaub noch nicht. das war das lager zelt okay und da kam man runter weil das soja da musste man doch da unten verschieben oder hab ich das schon also kann da muss ich damit tal rein ja hm Hm, in der Richtung geht es nicht. Wie kommen wir in die anderen dran? Jetzt sieht man gar nichts. Kann ich den hier auch verschieben? Ja. Na, insgesamt 600 Golden ist doch nicht schlecht. Ah, mal sch... Ja. 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 Ja.